Anish kommt zu einem neuen Part von Assassin's Creed 3 Folge 22 So, gucken wir mal wieder über die Schiffe Vielen Dank Ich habe viele Dinge für Sie, meine Freundin Danke Danke Hm Achso Zentralborsten Gegenstände Papier 05-3 Haarschmuck 05-2 Seife 05-2 Danke 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 seine Freunde zu einem diesen Treffer einlud. Das wäre auch eine der Tinder-Party, denn eine Versammlung geworden. Es mag nicht überraschend sein, dass Adams' Ausschuss so erfolgreich arbeitete, dass alle damit begannen. Am Ende jeder, die der Kolonie ihnen eigene Ausschuss. Man konzentrierte sich darauf, eine einheitliche Front gegen die von den Briten auferlegten Steuern zu bilden und den Boykott britischer Waren zu unterstützen. Im Ernst, Adams hätte sich die Idee beantwortetieren lassen sollen. Er hätte ein Vermögen verdient. So, hier war das Nächste. Goldringe 0 von 1. 0 von 1. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist zu viel Bier? Was ist das? Vielen Dank. 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 Wolfgang. Wolfgang Hadi. Wolfgang. Wolfgang. Hey, wie ist das an? Ich bin noch mehr. Also, ich will ja gerade aufmachen. Darf eigentlich nicht zu viel rein. Ich bin noch mehr. 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 Warte mal, wo ist das noch? Warte mal, wo ist das? 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 Noch ein zweiter Reisen, es gibt es 100. Warte mal, wo ist das? 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 Heizen wir nicht da gut. Rückkehr des verlorenen Zones Sequenz 5 Wir müssen ihn finden, und wir werden, nach dem Haus zu verbreiten. Aber er ist da, nachdem er was. Und was würdest du, wenn du ihn findest? Wenn du ihn findest? Du bist ein Junge mit ein paar Monate von Training. Er ist ein Mann, voll großartig. Er hat viele Jahre auf seine Skate. Wenn du eine Chance hast gegen die Templars, du brauchst das. Geh auf, bevor ich meine Gedanken verbreite. Hey! 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 Help!! Vielen Dank.